Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Donnerstag, der 14. September 2023 und heute ist Tag der EZB-Leinzinsentscheidung und wir wollen natürlich einen Blick darauf werfen. Wenn wir uns die Frage stellen, was wird es wahrscheinlich geben? Ich kann jetzt schon sagen, wir werden sehen und da bin ich ziemlich auf der Seite der Marktteilnehmer, Querstrich der befragten Analysten, denn da gibt es keine klare Tendenz. 66% der Marktteilnehmer, ausgehend vom Terminmarkt, sehen eine Zinsanhebung seitens der EZB. Da muss ich sagen, da bin ich leicht, leicht drunter ehrlich gesagt, weil ich mir vorstellen kann, dass die konjunkturellen Entwicklungen, die wir in Deutschland zu sehen bekommen, dass diese eher es wahrscheinlich werden lassen, vor dem Hintergrund, dass Deutschland das Rückgrat des Euros ist, die Wirtschaft Deutschlands das Rückgrat des Euros ist, dass es dort eher eine zurückhaltende Haltung gibt. Dann wiederum auf der Kehrseite hat es oft genug ja in der Vergangenheit auch gezeigt, dass eigentlich das, was in Deutschland geschieht oder wie Deutschland bestimmte Aspekte sieht, auch ausgehend von der Verfassung, beispielsweise auf Anleihekaufung oder dergleichen, dass das jetzt keine so große Rolle gespielt hat. Und die befragten Volkswirte seitens Bloomberg, wie wir es gleich grafisch nochmal aufbereitet sehen werden, die sind bei 50-50. Also wir sind nun mal bei einem Coinflip eigentlich. Aber vielleicht können wir aus der Price Action, die wir zum einen gestern auf die Inflationszahlen aus den USA zu sehen bekommen haben und auch ausgehend von der Nähe des DAX zu einer wirklichen Schlüssel-Unterstützungsregion, Rückschlüssel darauf ziehen, wie so ein Szenario ausschauen könnte, beziehungsweise die Price Action am ehesten ausschaut. Und da muss man sagen, ist ein Break tiefer mit einem Halten und dann weiterer Abwärtsdynamik nicht das unwahrscheinlichste Szenario. Und das könnte selbst dann stattfinden, wenn sich die EZB gelb politisch locker präsentiert. Aber ich greife aber ein wenig vorab oder beziehungsweise vorweg. Wir werden gleich einen Blick drauf werfen. Zunächst vorab der Blick auf den Risikohinweis. Die Wieso uns hilft, die sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren und sind ausgehend hiervon nicht von jedem Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder das ein solches Erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com slash dekostlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das mit Ja für sich beantworten kann, Live-Konto zu eröffnen, diesbezüglich an Informationen, vollständige Risikohinweis auf xdb.com slash de. Nutzt auch gerne die Möglichkeit, mit dem Kundensupport Kontakt aufzunehmen, sowohl via Telefon als auch per E-Mail logischerweise. Kontakte, Details folgen gleich. Zunächst einmal kurz an eigener Sache, alles was ich in den folgenden Minuten hier präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen. Alles rein edukativ, rein informativ. Ihr könnt gerne eure Fragen unterhalb des Videos innerhalb der Kompetenfunktion stellen, wenn ihr sie haben solltet. Ich kann die gerne beantworten, aber wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen, was ich in den folgenden Minuten hier präsentiere. Hier haben wir die Kontaktdetails von xdb, Telefon bzw. E-Mail, kurz zu xdb als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Ausgezeichnet von Broker, weil die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr einmal hier in der Mitte aufgelistet. Ein Grund, der mit Sicherheit dazu beigetragen haben dürfte, könnte, ist eventuell die x-Station, auf die wir genau jetzt in diesem Moment einen Blick werfen wollen und aus der auch jetzt schon gleich bei der ersten Betrachtung hier offenbar wird, wo die Wichtigkeit der derzeitigen Support-Region herrührt. Offensichtlich Charts auf Stundenbasis mal ganz stark rausgezoomt. Und ja, wir erkennen, die 15.500, die 15.600er-Region ist weiter ein Schlüssel-Support-Bereich. Und mit dem Schlüsselevent heute, rund um die EZB-Leizenzentscheidung, zack, einmal hier in den Kalender geswitcht, und da kann man sehen, Pressekonferenz um 14.45 Uhr, die Zinsentscheidung selbst um 14.15 Uhr. Mit diesem Schlüsselevent besteht durchaus die Möglichkeit eines Breaks tiefer, ausgehend von dem Umstand, dass der Markt, in Anführungsstrichen, nach Liquidität suchen wird und in diesem Fall ein Flasch tiefer, summa summarum, unabhängig davon, wie die Entscheidung stattfindet, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Dass ein Flasch tiefer durchaus eine Option darstellt, auch ein Push höher, das haben gestern, denke ich, die Inflationszahlen aus den USA gezeigt, auch hierzu nochmal kurz in den Kalender gegangen. Wir gehen einmal auf gestern und dann sehen wir die Inflationszahlen, die sind, wie wir hier erkennen können, mit 3,6% gegen 3,7% erwartet, nee, 3,6% erwartet, 3,7% veröffentlicht worden, also leicht über der Erwartung. Auch die Kerninflation, oder beziehungsweise sonst waren die Zahlen eigentlich summa summarum unspektakulär. Wir haben einen leichten Abtick gesehen auf Month-to-Month-Basis, also MM bedeutet auf Monatsbasis, mit 0,3% gegen 0,2% erwartet. Also man könnte sagen, leicht eigentlich heißer und infolgedessen einen geldpolitischen restriktiven Kursseins der FED wahrscheinlicher machend auf ihrer Leitzinsentscheidung wiederum nächste Woche am Mittwoch. Beim Blick aber auf das FED Watch Tool wird man feststellen, also auf den Terminmarkt an der Chicago Mercantile Exchange, da hat es keinerlei große Veränderung gegeben. Ich habe kurz initial einen Flasch tiefer, aber dann haben wir uns relativ stabil präsentiert, eher bullish. Ich finde das eine starke Reaktion, ehrlich gesagt, weil die Erwartungshaltung auch meinerseits eher gewesen wäre, über der Erwartung reinkommt, eher bearishness begünstigen, was sich im ersten Impuls widerspiegelt. Wenn die Price Action dann aber bullish ist, dann ist das eher ein Indiz dafür, dass der Markt weiter recht gut mit einen Anführungsstrichen höheren Zinsen in der Lage ist, umzugehen. Das lässt allerdings auch jetzt Schlüsse zu, im Hinblick nämlich auf das, was heute mit der EZB ansteht. Also, ich hatte gerade eben schon gesagt, dazu blicken wir mal ganz kurz hier drauf, das sieht jetzt erstmal ein bisschen viel aus. Ich mache den erstmal zu. Das ist ein Tweet von Holger Cepic, Weltredakteur. Und auch vielleicht ein Must-Follow, würde ich schon fast sagen, mit über 320.000 Followern bei Twitter. Und was wir hier an dieser Stelle sehen können, ist, dass er mal zwei Grafiken eingefangen hat, um den aktuellen Bias einzuschangen. Wo stehen wir im Hinblick auf die Erwartungshaltung? Und eine Menge Zahlen an dieser Stelle. Wir sehen auch hier eine entsprechende grafische Aufbereitung. Implied overnight rate and number of hikes, cuts, und so weiter, ein bisschen technisch aufbereitet. Uns interessiert tatsächlich nur die oberste erste Spalte. Das ist das, was für uns jetzt relevant ist. Und zwar steht da Meeting 14.09. Das ist der heutige Tag. High cuts, hier im Percentage ausgedrückt 66,3. Also, das bedeutet 66,3% der Marktteilnehmer erwarten, dass die FED den Leitzins anheben wird. Jetzt ist die Sache die, wenn man das so formuliert, dann könnte man jetzt zu dem Schluss kommen, dass die Mehrzahl der Marktteilnehmer offensichtlich davon ausgeht. Ja, das ist so. Aber man sollte da so ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil wir blicken ja hier auf den Terminmarkt. Schaut man nämlich mal weiter, und da kommt diese Grafik ins Spiel, da sieht man auch, das fällt jetzt hier unten nicht so wirklich auf, das wird rausgeschnitten, aber da unten steht Source Bloomberg Survey. Also, Bloomberg hat eine Umfrage gemacht und hat die Analysten befragt, und leider kann man auch jetzt, da ist mein Kopf davor, die 48,5 nicht sehen, aber das ist die Share of Economics Predicting a Hike. Also, das heißt, es gibt hier unter den befragten Volkswirten eine 50-50-Tendenz, die sagen zu 50%, es wird eine Zinsanhebung geben, und es wird es zu 50% keine geben, beziehungsweise 48,5, leicht drunter sogar. Also, das ist eine kleine Diskrepanz an dieser Stelle. Jetzt wird man sich die Frage stellen, ja, wie kommt denn sowas zustande? Also, Marktteilnehmer, was ist denn dann damit gemeint, oder wie ist das zu interpretieren? Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, oder beziehungsweise von dem Hintergrund, dass wir auf den Terminmarkt blicken, dass hier nicht ausgeschlossen werden sollte, dass es sich da größtenteils auch um Hedges handelt. Also Marktteilnehmer sich absichern für eine Überraschung seitens der EZB im Hinblick auf eine geldpolitisch restriktivere Haltung, beziehungsweise eine Zinsanhebung, und sich absichern wollen, vielleicht auch im Rahmen ihrer Long-Only-Portfills, im Hinblick zum Beispiel auf einen Break im DAX tiefer unter die wichtige Supportregion. Wie würde das aussehen? Nun, sie würden an der Stelle eben auf steigende Zinsen spekulieren, beziehungsweise sie würden auf einen Drop in europäischen Schuldtiteln spekulieren, und dafür europäische Schuldtitel folglich shorten. Während sie zeitgleich in der Stelle hier den DAX zum Beispiel long wären. Also das wäre jetzt eine sehr, sehr grobe Herangehensweise, aber einfach, dass man eine Idee bekommt, wie solche Prozentzahlen dann an der Stelle am Terminmarkt zustande kommen. Ich, wie gesagt, kann mir nur schwer vorstellen, also rein logisch, aber mittlerweile, glaube ich, sollten wir alle gelernt haben, so wirklich mit Logik hat vieles, was wir politisch zu sehen bekommen, und seien es jetzt auch geldpolitische Entscheidungen, nur noch wenig zu tun. Wir erinnern uns nur daran, dass alle plötzlich wie aus dem Moosdorf kamen und total überrascht davon, dass die Unterbrechung der Lieferketten infolge von Lockdowns bei zeitgleicher Spülung in Anführungsstrichen oder Liquiditätsschwemme der Märkte mit Liquidität, Geldgeschenken, geldpolitischer, fiskalpolitischer Stimuli, dass das eher früher als später zu einer dramatisch galoppierenden Inflation führt. Das konnte weder die FED kommen sehen, die hochdekorierten Volkswirte dort, noch konnte es die EZB sehen. Nun ja, jetzt ist die hohe Inflation da, ist halt der klassische Ketchup-Effekt. Du schüttelst eine klassische alte Glasflasche mit Ketchup, schüttelst, 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 kommt nichts raus, kommt nichts raus, kommt nichts raus, und dann auf einmal flatsch, und dann hast du einen riesengroßen Klecks Ketchup auf deinen Pommes, meistens mehr, als du eigentlich haben wolltest. So ungefähr kann man sich Inflation vorstellen, weil jetzt ist der Ketchup auf den Pommes drauf, jetzt kriegst du ihn nicht mehr zurück in die Flasche. Das ist das, was wir jetzt zu sehen bekommen, nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass eben zeitgleich die katastrophale Regierungspolitik hierzulande in Deutschland dazu führt, dass es eben zu einem konjunkturellen Kollaps kommt. Und jetzt muss man sich immer die Frage stellen, wie man seitens der EZB, auch wenn man dafür nicht verantwortlich ist, aber geldpolitisch damit umgeht, vor dem Hintergrund nämlich, dass man sich immer noch vor Augen führen muss, dass Deutschland das wirtschaftliche Rückgrat des Euros ist. Und das wiederum ist natürlich etwas, was die EZB heute dazu veranlassen könnte, deswegen eventuell auch dieser 50-50-Bias, zu sagen, wir werden jetzt erstmal auf dem Status quo verharren und schauen mal, wie sich die konjunkturellen Indikationen in Deutschland weiterentwickeln. Ich kann jetzt schon mal vorab spoilern, in Anführungsstrichen, die werden sich nicht wirklich aufhellen, ganz im Gegenteil, aber da wird die EZB dann früher oder später auch noch hinterkommen. Fakt ist auf jeden Fall, ausgehend hiervon kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die EZB sich geldpolitisch zurückhält, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass es eine bullische Reaktion gegen diesen Bereich gibt, sondern dass das Austrocknen der Liquidität besonders, und das ist das, was uns als Trader interessiert, zu einem Flush und Break unter dieses Support-Region hier führt und wo dann die Bullen gefördert sind, diesen Break wieder zurückzuholen. Gelingt das nicht, kannst du trotz dieser geldpolitischen Haltung davon ausgehen und tatsächlich ist es egal, ob es in die Richtung geht oder ob die geldpolitische Haltung dann doch nochmal 25 Basifunkte Zinsanhebung bringt, was am ehesten noch bearisch zu interpretieren wäre. Ich gehe einfach schlicht davon aus, dass wir den Break zu sehen bekommen und dass dann die Frage ist, halten wir drunter? Halten wir drunter? Ist die Wahrscheinlichkeit nicht nur für einen heutigen bearischen Trend sehr, sehr hoch, also im Dax dann in der Stelle, sondern auch für die kommenden Tage, denn das ist eine ganz wichtige Schlüsselregion, gegen die wir auch zunehmend geringere Abpraller zu sehen bekommen und dieser Break tiefer, der ebnet tatsächlich den Weg in Richtung der 15.000er Region, eventuell sogar 14.500 in den kommenden Wochen und somit in den Quartalschluss hinein. Mindestens abberisches Potenzial hält er auf jeden Fall bereit in die Fed kommende Woche. Also hochspannendes Event, schauen wir mal, was passiert. Am ehesten ausgehend von der derzeitigen Price Action würde ich sagen, egal was kommt, der Break tiefer, den werden wir definitiv mal kurz zu sehen bekommen und dann wird die Frage sein, erreichen wir oder wird es eine Rückgabung dieses Ausbruchlevels zu sehen geben oder eben nicht. Bekommen wir es nicht zu sehen, Schlusskurs unterhalb. Wie gesagt, sind weitere Abschläge in den kommenden Tagen im DAX sehr, sehr wahrscheinlich. Und so, das wäre es schon meinerseits gewesen. Happy Trading! Passt auf die Stops auf, wir hören uns dann morgen wieder hier zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB und dann werfen wir natürlich auch wieder einen Blick auf den DAX, schauen wir mal, ob der Break tiefer stattgefunden hat und soweit meinerseits. Also habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.